Hey, hey, ich habe eine kleine mathematische Aufgabe für eine große Challenge zu aktivieren. Heute geht es aber darum, 10 zu machen, aber 10, die umgedrehte Rechnung, ist 10 als 4. Dafür brauchen wir dann, voilà, die können ich noch normalen, so kleine Bokaler. Die können doch richtig Gläser holen mit Sachen dran. Und die Bokaler sollen von 0 bis 9, weil wir schreiben immer ganz 4 oder wir lernen 10. Und dann zieht sich Kant ein Quad, zum Beispiel hier 6, und dann lädt den 6 Deppescher hin. Und dann lädt den auch Ziffer 6 hin und dann muss Kant rausfahren, wie viel braucht es noch, bis auf 10 zu kommen. Die Quad werden dann umgedreht, dann muss Kant eben Quad mit Feuer, Küschel, Pfannen oder was auch immer da dranholt. Für jeden Unterschied zu machen, dass es besser ist, holt ihr in einer Deppescher, ihr könnt auch Knäpp oder Kaffeespunen holen. Und dann lädt Kant die Feuer dahinter. So, wir holen immer 2 Quad, und dann wird Kant Rechnung gemacht, 10 als gleich 6 plus Feuer. So, viel Spass! So, viel Spass! Bis zum nächsten Mal.